Na, alles klar. Ein bisschen, dass wir hier zu tun haben. Da ist überhaupt nichts los. Moment mal. Soll die Wache geschlossen werden? Wir brauchen Straftaten. Was? Was? Egal was. Straftaten sind die Basis unserer Existenz. Polizia, die Wache runter! Vielleicht eine Bombe. Eine Bombe. Eine Bombe. Eine Bombe? Runter! Nächste, letzte Arbeit, Kollegen! Der Kerl ist toll. Ah, schau mal. Hier kann man sogar nachstromen.